In diesem Video möchten wir uns mit der Addition und Subtraktion beschäftigen. Dabei ist das Video wie folgt aufgebaut. Zunächst einmal wollen wir kurz die Fachbegriffe klären. Dann möchten wir besprechen, wie wir uns die Addition und Subtraktion an der Zahlengerade vorstellen können. Und auf dieser Grundlage wollen wir einmal ein Beispiel durchgehen. Wie immer steht das Video unter einer bildungsfreien Lizenz. Das heißt, ihr dürft das überall dort nutzen, wo auch immer ihr wollt. Okay, fangen wir an mit den Fachbegriffen. Die Addition, auch Plusrechnung genannt, hat links vom Pluszeichen den ersten Summanden, rechts vom Pluszeichen den zweiten Summanden und alles zusammen wird als Summe bezeichnet. Das Ergebnis wird als Wert der Summe bezeichnet. Bei der Subtraktion haben wir links vom Minuszeichen den Minuenten, rechts vom Minuszeichen den Subtrahenten und zusammen ist das Ganze die Differenz, auch der Unterschied genannt. Der Wert ist wieder das Ergebnis dieser Differenz, also rechts vom Gleichheitszeichen. Okay, kommen wir nun zur Grundvorstellung. Das heißt, wie können wir uns diese Addition und Subtraktion vorstellen? Naja, fangen wir mit dem ersten Summanden an. Das ist hier die 3 auf der Zahlengerade und das ist hier unser Startwert. Und die Addition, das heißt, dieses Plus gibt jetzt die Schrittbewegung nach rechts an. Das heißt, wir gehen zwei Schritte nach rechts. Ich kann das hier einmal einzeichnen. Wir haben hier einmal einen Schritt nach rechts und dann noch einen Schritt nach rechts. Das heißt, insgesamt gehen wir von 3 plus 2 auf der Zahlengerade, das heißt, zwei Schritte nach rechts und landen dann bei 5. Das wäre dann der Wert dieser Summe. Bei der Minusrechnung, bei der Subtraktion, gibt der Minuent wieder an, wo wir starten. Das ist hier in diesem Fall die 5. Ich mache das nochmal kenntlich. Das heißt, diese 5 ist hier unser Startwert und das Minus, das heißt, die Subtraktion ist jetzt die Schrittbewegung nach links. Das heißt, wir gehen drei Schritte nach links. Das heißt, einen Schritt, zweiter Schritt und der dritte Schritt. Das heißt, insgesamt gehen wir von 5 auf 2. Das heißt, wir sind drei Schritte nach links gegangen, also Minus 3. Und so könnt ihr euch die Addition und Subtraktion vorstellen. Das ist dann einmal eine Fortbewegung, eine Schrittbewegung, entweder nach rechts bei der Addition und nach links bei der Subtraktion. Okay, wir gucken uns das Ganze nochmal an einem weiteren Beispiel an. Das heißt, hier haben wir diese Aufgabe 4 plus 3, diese Addition. Okay, ich mache das jetzt nochmal farblich kenntlich. Das ist die 4, das ist unser Startwert. Und das plus sagt jetzt an, dass wir nach rechts gehen. Und die 3 gibt jetzt an, als zweiter Summe, wie weit wir nach rechts gehen. Und das sind halt drei Schritte. Das heißt, 1, 2 und 3. Also insgesamt würden wir dann bei 7 rauskommen, weil wir plus 3, also drei Schrittbewegungen nach rechts gehen. Das kann ich dann nochmal festhalten. Das Ergebnis wäre dann hier 7. Okay, machen wir das Gleiche auch einmal für die Subtraktion. Das heißt, wir haben hier die 4, das ist der Minuent, das ist der Startwert. Das heißt, wir starten hier bei 4. Jetzt gehen wir nach links, weil wir hier ein Minus haben. Und zwar mit der Schrittlänge 3. Das heißt, auch hier wieder gehe ich jetzt einen Schritt nach links, den zweiten Schritt nach links und den dritten Schritt nach links. Das heißt, insgesamt gehe ich von 4 auf 1, weil 4 minus 3 ist in diesem Fall 1. Und so könnt ihr euch die Subtraktion in diesem Fall und die Addition vorstellen. Einfach an dieser Zahlengerade bewegt ihr euch in Schritten in natürlichen Zahlen, entweder nach rechts bei der Addition oder nach links bei der Subtraktion. Ich hoffe, das Video hat euch insgesamt ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, das Video hat euch gehört.